Willkommen. Oh fuck, ich hab mich schluckt. Zurück zu hier... Ah, mach mal Patrick, bitte. Zu altes Live? Ja, genau. Desi sieht anders aus. Irgendwas ist hier gerade, also wir wollten gerade losfahren. Ich bin natürlich in den Zaun gefahren, nicht Depp, und jetzt landet hier ein Orca. Polizei scheint das aber nicht zu sein. Scheiße, Scheiße. Das ist nicht so gut, oder? Ich weiß es nicht. Soll ich mal die Waffe rausholen? Aber wenn, dann nur, also nicht direkt drauf zielen. Ich weiß nicht, was das für Leute sind. Ist da ein Magazin drin? Kann ich schießen? Denk dran, ne? Wer zuerst schießt... Zuerst gefickt, sagst du? Ja. Ja, wenn du einfach so drauf los schießt, dann... Toll. Ist keine Polizei. Was wollen die? Ich brauche dir Hilfe. Guten Tag. Äh, hast du ein Werkzeug dabei? Ja, klar. Boah, sehr geil. Ging ja schnell hier, ne? Ich rumpfe runter, sonst reparier ich gar nichts und hol meine raus. Was sagst du? Wenn ihr nicht die Waffe runternimmt, reparier ich gar nichts und hol meine Waffe raus. Easy doing, Alter. Er ist ein bisschen nervös, der Kollege. Ach so. Schlag mal nieder, dann klau ich Hubschrauber. Nein. Du hast Ideen, ey, ohne Witz. Der sieht aber nicht aus, als würdet ihr farmen, ehrlich gesagt. Ähm, naja, so ein bisschen Sightseeing-Farmen, würde ich sagen, ne? Ach so. Also kombiniertes Farmen, sagen wir mal, das nennen wir es mal so. Ja, aber wir sind vom DFB, wir können nicht so die großen Touren machen, weißt du? Muss ein bisschen secret bleiben. Die kommen halt aus Stratis hier, die beiden Kollegen, und ich wollte die mal ein bisschen rumführen hier. Daniel, ey? Ein paar Aufprutschmittel für die Fußballmannschaft sammeln, nicht wahr? Ja, genau. Vielen Dank, ne? Ja, kein Problem. Nein, wenn ich nicht schon mal da bin, dann sammle ich doch mal was. Ja, guck mal, da liegt ein komisches Zeug rum. Nur zur Info, wenn ihr zum Veredler fahrt, da ist ein Polizeiheli gerade gewesen, der war auf dem Boden. Ah, alles klar, okay. Gut, dann fahren wir mit dem Polizeiheli. Ich glaube, es ist ein Polizeiheli, aber es könnte aber auch ein normaler Heeli sein und Leute haben sich versteckt, das weiß ich nicht. Okay, alles klar. Ja, wir schauen mal. Ja, ist mir egal, wir haben Eier. Ja, vielen Spaß noch. Ciao. Ja, können wir wieder, ne? Ja, geil. Ja, geil, ne? Wenn es passiert und vielen Dank für die Zuschauer vielleicht und so. Mal gucken, ob wir es zeigen. Bis dann, ciao. Tschö. Wir kommen zurück zu altes Live mitten in der Nacht. Und zwar ein bisschen atemlos, um keine Anspielung auszulassen. Da ist so ein Heli über uns. What the fuck? Ja, ich verstehe es jetzt ehrlich gesagt nicht, warum die uns schon wieder aufgespürt haben, ne? Ich weiß es nicht. Äh, Jungs. Dürfen wir schießen? Was? Dürfen wir schießen? Macht mal. Wie? Wie ohne Waffe. Wo seid ihr denn? Bleiben wir im Auto. Bleiben wir im Auto. Loy, what the fuck? Loy. Ich wurde festgenommen. Scheiße. Wo ist Patrick hin? Da hinten, der Ficker. Der ist abgehauen, Mann. Ja, das ist bestimmt geplant gewesen. Äh, Quatsch. Das ist die Polizei, Alter. Die Polizei plant nichts. Alter, Daniel, der hat uns jetzt in Alter. Was soll das denn? Der hat uns verarscht, Mann. Was ist denn da los jetzt? Ist das alles Polizei? Ja, auf jeden Fall sind wir hier in Handschellen irgendwie. Kann man die lösen irgendwie? Weiß ich nicht, kann man die lösen, Patrick? Ne. Der sucht dich, Alter. Kommt der hier runter? Vielleicht. Ne, ist gerade bei deinem Haus da. Hallo, Gehirnschaften. Hallo. Warum war denn so spät so weit draußen? Darf ich Ihnen sagen, wir waren für den Tag, na? Ja. Das ist doch schon wieder scheiße, Alter. Wieso fliegen die mit einer Hellcat diese Route hier ab? Ja, wo es eigentlich überhaupt nicht zum Drogenglieder geht. Also nicht so direkt. Ich bin in einem Moment gefüllt, bis die polizeiliche Mausnahme hier ist. Wenn Sie hier die Straße runtergehen, ja. Wenn Sie hier die Straße runtergehen und gerade auslaufen, dann finden Sie ihn. Ah, die Kollegen, die Kollegen suchen, ja. Ah, die Kollegen. Was geht denn da ab gerade? N1? Hier plaudert einer. Ein bisschen ungewöhnlich ist, isländisch. Bitte was? Nijux, mein Name ist isländisch. Höchstrim Nijux. Ah. Oh, Sie sind, Sie sind Isländer. Ja. Korrekt. Und was machen Sie hier auf Altes? Wie bitte? Und was machen Sie hier auf Altes? Ja, der Liebe wegen. Oh, das... Ja, ich auch eigentlich. Ja, mein Mann ist ja herverzogen. Er hat mir einen Job bei der Bank bekommen und dann bin ich halt mitgegangen. Also ich weiß jetzt gerade nicht, was bei euch abgeht, ne? Was machen Sie eigentlich hier so weit reisen? Das war ein Ziel Ihrer Reise. Also erzählt mal ein bisschen was. Der... Der fragt uns gerade, was wir hier draußen machen. Ja, seid Sie, oder? Ja. Ich hab euch das Auto geliehen, falls er fragt. Ja, genau. Also du... Ja. Da drin finden da jetzt Coca und dann sind wir gefickt, oder was? Alter, Patrick, wenn du uns hier verarschst, ne? Alter, nochmal. Cops, ja? Da gibt's nix irgendwie, wo du sagen kannst, hier, wir fahren jetzt mal da und da lang, oder so, ne? Wir fahren aber keine Blümmer jetzt. Da haben sie... Ich höre ihn gar nicht zu. Drogen haben sie auf jeden Fall schon mal konfessiert. Oder was? Die höre ihn gar nicht zu. Oh, wenn wir auch ihre Person mal durchsuchen, nachdem wir hier schon illegale Substanz in ihrem Fahrzeug gefunden haben. Na toll. Geben. Ja, Patrick haut ab, ey. Geil. Was darfst du da sagen, wenn sie denn halt erzählt war? Ich hab da jetzt gerade das ganze Coca rüber geschmuggelt. Ich hab jetzt nichts mehr im Rucksack. Warte, im Ernst? Ja. Bitte was? Nein, nein, ich kann nicht unterstellen. Wacht das jetzt gerade genug, Trauer? Wieso werde eigentlich nur ich untersucht? Ich wurde auch untersucht. Haben sie bei Luzi mal genau nachgeguckt? Alter, du... Bist du ein Mongo, Daniel? Bist du ein Mongo? Alter, lass das! Geil doch mal genau nach, bitte. Was ist das doch? Ja, klar. Bei mir gibt's nicht hier nix zu sehen. Dein Mongo! Fuck it. Nein. Och. Er hat die Gruppe... Ah, ne. Toll, wir werden abgeführt jetzt. Läuft man in die hier drin. Haben die gar nicht nach... nach... nach mir gefragt? Die suchen noch. Hör'n Sie mal, das meine ich ganz ernst. Ich kooperiere, wenn Sie wollen. Sie können richtig dicken Fisch angeln. Aber gleich, aber gleich. Aber diese Nade jetzt hier sind ein bisschen älter, wenn ich nicht mal... Die geben Gebüsch, die sollten ich eigentlich nicht finden. Ich hab mich von aus Island, ich bin in die Ruhe gewöhnt. Hast du noch Coca, Daniel? Ich hab'n Ihnen auch an, dass Sie so ein richtiger... ruhiger Typ sind. Na toll. Bitte... Alter. Ja, du Bongo-Petrick. Nein, ey, ohne Scheiß. Ohne Scheiß, das ist... Ich kann mit der Polizei nix klären, ja. Alter, Rache ist süß, ne? Ja, ja, das hab' ich mir auch gedacht. Amart. Alter, dann würde ich's jetzt sagen, ja. Dann würde ich jetzt hier abfeiern und würde sagen... Ja, ja. Nö, 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 nö. Nein, ohne Scheiß, Alter. Solange du bist, wie die glauben. Daniel, die Cops, ja, da könntest du nichts reißen, könntest du nicht sagen, ja, ihr macht mal was für mich oder so, weil ich das in Aufnahme zahlen will, funktioniert nicht. Vergiss es. Hören Sie mal, ich kann Ihnen immer noch sagen, wo der dritte von uns ist. Würden Sie uns dafür dann freilassen? Weil das ist ein richtig dicker Fisch. Ja, einen können wir uns natürlich freilassen. Den Luzi würden wir dann freilassen. Dann sage ich's Ihnen nicht. Luzi, vielleicht wollen Sie mit uns kooperieren. Gegen Freiheit, oder was? Patrick, ne? Wer? Luzi? Ja. Ja, ihr Mutmaß, der kommt gegen Freiheit. Alter, hört mal auf, der Scheiß ist nicht hier irgendwie geplant gewesen, oder? Ohne Scheiß. Ich hab letztes Mal schon gebüßt dafür, ne? Die Vögel, Alter. Ne, schon okay, ich werd hier nichts verraten. Alles okay. Auf mit dem Scheiß. Ne, ich halt zu dir, ja? Vielleicht nicht, Gorgius, wie siehst du mit Ihnen aus? Ich bin ja vorhin irgendwo in der Pampa, Alter, zu Fuß unterwegs. Ja, was ist das Angebot? Beide frei, Alter. Dann bin ich dabei, aber sonst ne. Ja. Wenn ich freikomme, bin ich vielleicht dabei. Ja, also freikommen würden sie ohnehin, wenn sie dir das Bußgeld bezahlen möchten. Wie hoch ist denn das Bußgeld? Das soll dann noch berechnen, wenn das wirklich, aber das halt nichts anderes vorliegt, im 40.000er-Bereich befinden, so ungefähr. Bist du 40.000 wert, Patrick? Dich verraten oder 40.000? Machen wir so, 10.000? Gegen ihren Kollegen? Ne. Oh, Patrick. Patrick hat sauglück gerade. Gut, dann machen wir das auf die herkömmliche Art und Weise. Die versuchen uns gerade irgendwie mit uns zu behandeln, dass wir sagen, wo du bist, gegen Geld und so. Also beziehungsweise gegen mildere Strafen. Wenn du mir 20.000 liebst, Patrick, dann... Achso, nee, warte, nee, scheiße, das ist ja nicht gut für dich. Ja, nee, komm, das machen wir jetzt herkömmlich. Ich bin auch ein ehrlicher Typ, müssen Sie wissen. Ich büße gerne. Ich diene gern der Gerechtigkeit. Ihr wisst ja nicht, warum. Naja, haben wir eine Koks in der Nase, oder? Nee, klar, ihr seid in der Gruppe, aber... Koks in der Nase. Koks in der Nase. Ich mag Typen, wie sie, die einfach ein bisschen ruhiger sind, ein bisschen geerdeter. Wollen Sie mich hier weitreden, oder was? So, ich will mir das kalt machen, wo würde ich mir das für das so tun? Läubert. Nö, ich... Unterhalt mich, ich mag Menschen einfach. Schmackst du hier oben? Sind Sie auf der Insel aber falsch, wenn Sie Menschen sind, ne? Boah, ey, ohne Witz, ey, ne? Lucy? Ja. Lucy? Ja. Würdest du es Ihnen nicht sagen? Was denn? Schon gut. Okay, alles klar. Ja, äh, lass sie im Knast stecken, dann hole ich dich da raus. Ja, lass mal Knast machen. Aber wir sind gefesselt, ne? Ah, scheiße, ja. Verlieren wir alles, ne? Äh, nur illegale Lizenzen, also die Waffenschieber-Lizenz. Achso, ja, das ist, glaube ich, nicht so schlimm, ne? Wie teuer ist die? Nee. In der Träume. Och. Ja, Alter, ich hab letztes Mal beide 600.000. Ja, wie komm ich jetzt hier weg? Ich bin hier, wie gesagt, nirgendwo nach Pampa. Da müssen wir uns jetzt gucken, wo ich hier überhaupt bin. Ach, den Ort kennen wir doch irgendwoher. Wo sind wir denn hier? Ich bin hier, Polizisten, ich bin hier in Kavalle. Nicht Tufel. Ah ja, genau. Oh, geil, Junge. Ich bin hier da. Alter. Ich betrete Sperrgebiet. Jo. Wenn sie uns losmachen, lass ins Meer springen. Okay? Voll klug, ey. Okay? Okay. Ne, da säufst du, glaube ich, ab. Ich weiß es nicht. Besser säufen als, äh. Soll ich mal ein Hedi klauen? Mach mal. Lol, wir sind wieder ineinander drin. Lol. Wie geht's? So, wo kommen wir jetzt hin? Wieder in die Zelle? Schnell, bitte. Ich hab das Gefühl, das steht ihrem Charakter nicht so gut. Ja, in die Zelle. Cool. Ja, geil. Wahrscheinlich geil, oder? Alter, Lucy, ne? Denk dran. Schmerz ist vergänglich. Das bleibt uns sehr stolz. Auf jeden Fall, Bruder. Macht ruhig mal ein bisschen, euch auf Bumpenbeleidigung, dass ihr in den Knast kommt. Krieg ich euch da raus. Ach, jetzt sollen wir noch in den Knast gehen, oder was? Ja, ich krieg ja jetzt die ganze Zeit nichts mit, was da geredet wird. Bist du immer noch, bist du immer noch da bei dieser Stelle? Nee, ich bin jetzt, äh, weg. Geil. Ausgeloggt? Nein. Nee, das ist halt, ähm, das wäre dann ja schon so ein bisschen Combat-Logging irgendwie. Ja, das stimmt. Von daher, ja. Bläu, warum läuft's denn der so schwul? Wie lange brauchen Sie denn? Ja, ich hab mal hier mal kurz in der Staatsanwaltschaft, äh, mit der Staatsanwaltschaft telefoniert. Denk werde ich jetzt nicht auf Hauptstraße, dann gehen in den Hoffnung, dass hier gleich einer... Drogenhandel, Drogengeschmuggel und natürlich der Bezug, der... Dann kommt, der mich mitnimmt. Was, Drogenhandel? Wir haben nicht gehandelt. Das war kein Drogenhandel. Was passiert, wenn ich den Strafzettel ablehne? Dann stecken sie sich im Knast. Blutziehl sollen wir ablehnen? Warte mal, ich will erst mal gucken, was er bei mir macht. Ja. Gar nichts, wie es aussieht. Hm. Aber Knast abhocken? Ich hole euch da raus mit dem Heli, Alter. Okay, wir könnten... Wollen wir was machen, Daniel? Lol. Ich glaube, weil ich nicht sofort bezahlt habe. Scheiße, wo bist du? Ich habe noch Coca-Blätter. Du wurdest freigelassen, Frau. Ja. Achso, ja, jetzt bin ich im Knast. Ja? Oh, nee. Bist du echt im Knast jetzt? Warte mal, ja. Okay. Äh, das mit Drohungen geladen war. Dafür haben sie auch einen Schlüssel für dieses Fahrzeug. Dementsprechend, äh, werden sie da auch, äh, geahnden. Wie hoch ist denn der Betrag? Kommt zu mir, Luzi? Ja, dann, äh, 27.000. 30 Minuten, Alter. Lol. 27.000, Alter. Wollen Sie das zahlen, oder soll ich sie zu Ihrem Kollegen überweisen? Ja, ich will lieber zu meinem Kollegen. Ich brauche meine Waffe nicht mehr. Wir halten zusammen, wissen Sie? Ja, die haben sie dann natürlich abgenommen. Kriege ich die wieder? Alles klar, O. Gut, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ihnen auch? Natürlich nicht. Meinte, du hast, äh, Drogen gefahren? Bro! Bro! Hey, na? Da kommt ein Helikopter. Mitgehangen, mitgefangen, Bruder. Er holt uns hier raus. Also, äh, Ja. Mal Schluss machen hier. Ja, ich hol dich dann ja gleich raus. Wenn du mich findest, Alter, ich verstecke mich hier. Geely-Suit. Warte mal, da kommt ein Heli. Aber nee, ist wahrscheinlich Polizei, ne? Weil die hier sowieso immer landen. Die landen da nicht drin, nee. Wenn da jetzt ein Heli kommt und der hobert und du kannst da einsteigen, steig da ein. Ich hab grad was geregelt. Wie ich da abholen. Okay. Ja, ich bin hier, und die sammeln mich auch gleich auf. Ich bin hier nämlich immer noch irgendwo an der Hauptstraße an der Panda, Alter. Oh, hab ich da noch... Lol. Was ist das denn? Was ist das denn? Wie haben jetzt nur mich mitgenommen? Maru ist tot und du bist mitgenommen, oder was? Gorgi, das ist aus dem Gefängnis geflohen. Das macht ja dann erstmal nix. Ich werde wegen Ausfuhr aus dem Gefängnis gesucht. Ach, da wird mir noch gesucht, Alter. Wollen wir kurz einen Cut machen und gleich weitermachen? Ja. Hier ein Cut. Bis dann, Freunde. Tschö. Altes Life. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschö. Tschö.